Arzberg ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Sie liegt etwa 13 Kilometer östlich von der Kreisstadt Wunsiedel entfernt. Geografie Arzberg liegt am südöstlichen Rand des Fichtelgebirgs-Hufeisens auf durchschnittlich 470 Meter über NN. Der Grenzübergang Eger nach Tschechien ist 4 Kilometer entfernt. Arzberg ist Ausgangspunkt für Ausflüge nach Eger und ins Beder-Dreieck Karlsbad Marienbad Franzensbad. Die Stadt liegt im Teil der Rösslau. Das beherrschende Bild des Ortes ist der Kirchburg mit der Evangelischen Kirche, dem alten Pulverturm, dem ehemaligen Nachtwächterhaus und Resten der Kirchenburg-Festungsmauer. Als landschaftlicher Anziehungspunkt gilt das Naherholungsgebiet Feisnitz-Stausee südwestlich des Gohlwaldes. Die Stadt Arzberg ist in 25 Stadtteile eingeteilt. Geschichte Arzberg wurde 1268 erstmals urkundlich erwähnt. Schon 1408 erhielt es durch den Burgrafen von Nürnberg das Stadtrecht. Kaspar Brusch schrieb im Jahre 1542, die Rösslau, ein fast hell und fischreich Wasser, entspringet oberhalb Fahrendorf aus einem Berg, die Fahrenleut genannt. Welcher ein Stück des Fichtelberges ist, läuft an Fahrendorf und Leibelsdorf hin, trinket in sich den Zweifersbach, den Schnellenbach, läuft von Dannen auf Wohnsiedel. Unter Wohnsiedel liegen an der Rösslau Dela und Laurenzenreuth. Unter Laurenzenreuth nimmt die Rösslau den Goldbach auf. Unter Seussener einem Dorf, nimmt sie abermals zwei schöne Bächlein in sich auf. Von Susner wandert die Rösslau weiter und laufet auf Arzberg hin, darin in eine sehr weste und mit einer hohen Staatenmauer bewahrte Kirch heutigen Tags noch gefunden und gesehen wird. Von 1792 bis 1796 wohnte der Universalgelehrte Alexander von Humboldt in seiner Eigenschaft als Oberbürgmeister der preußischen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth zeitweise in Arzberg. Seine guten Erinnerungen an diesen Ort hielt er in diesen Zeilen fest. Ich wohne auf dem Hohengebirg in Arzberg, einem Dörfchen im Fichtelgebirge. Die Lagerstätten sind so interessant, ich kann im Laufe des Jahres mehrmals einfahren. In früheren Jahrhunderten blühte dort der Eisenerzabbau. Ehemalige Eisenhämmer befanden sich vom 14. bis zum 17. Jahrhundert als Rohrschmieden zum Beispiel im G. Steinicht. Neben dem Rathaus wurde eine restaurierte historische Hammerschmiede aufgestellt. Einige Straßennamen und die Überreste des Maschinenhauses des letzten Bergwerks erinnern an diese Zeit. 1838 nahm eine neue wirtschaftliche Entwicklung durch die Porzellanherstellung ihren Anfang. Die Nähe des Falkenauer Braunkohle-Reviers in Böhmen und die günstigen Wasserverhältnisse an der Röslau waren ausschlaggebend für den Bau eines Kohlekraftwerkes. Im Jahr 1915 wurde das Kraftwerk Arzberg in Betrieb genommen. 2003 wurde es geschlossen. Am 1. September 2006 wurden die beiden Kühltürme und das Kesselhaus 7. Am 12. Dezember 2006 das Kesselhaus 6 und der 190 Meter hohe Stahlbeton Schornstein gesprengt. Eingemeindungen Am 1. Januar 1977 wurden die bis dahin selbstständige Gemeinde Röthenbach und Teile der aufgelösten Gemeinde Heid eingegliedert. Am 1. April 1977 kamen Teile der aufgelösten Gemeinde Kottitschen-Biebersbach mit damals etwa 25 Einwohnern hinzu. Die Gemeinden Bergnersreuth, Schlottenhof und Seußen sowie Teile der aufgelösten Gemeinden Fischern und Grafenreuth folgten am 1. Januar 1978. Zum 1. Januar 1995 folgten Teile des aufgelösten Gemeinde Freien Gebiets Arzberger Forst. Politik Der Stadtrat besteht aus 20 Mitgliedern, CSU, 8 Sitze, SPD, 7 Sitze, unabhängige parteilose Wählergemeinschaft, 5 Sitze, Blasonierung. Das Wappen erinnert an die Zeit als die Stadt dem Burggrafen von Nürnberg gehörte und der Erzbergbau noch florierte. Der rotsilberne Schildbord und der rot bewährte Löwe sind dem Wappen der Burggrafen von Nürnberg entlehnt. Der Erzberg und die Hacke, die der Löwe hält, versinnbildlichen den Namen und den vom Mittelalter bis 1941 florierenden Bergbau. Das Wappen entspricht in seiner heutigen Form und Tinktur wieder den frühsten Abbildungen etwa aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde aufgrund der Veränderungen, die im Laufe der Geschichte vorgenommen wurden und zu Fehlern in der Wappengestaltung geführt hatten, 1965 von Emil Richter neu gestaltet. Patenstadt 1961 wurde die Patenschaft für die vertriebenen Sudeten Deutschen aus der Stadt Sandau im Kreis Marienbad übernommen. Partnerstätte 1977 wurde mit der österreichischen Gemeinde Arzberg in der Steiermark eine Städtepartnerschaft bekundet. 2006 folgte eine Städtepartnerschaft mit South Bend in Indiana USA. 2008 kam die tschechische Stadt Hornislav Kowals weitere Partnerstadt hinzu. Bauwerke und Sehenswürdigkeiten Auf dem Arzberger Kirchberg befindet sich eine Kirchenburganlage aus dem 14. 15. Jahrhundert mit Wehrmauer, Pulverturm und spätbarocker evangelischer Stadtpfarrkirche von 1790-92. Die eine im Dreißigjährigen Krieg zerstörte spätgotische Kirche ersetzte. Kirchenraum und Kanzelalter sind aufeinander abgestimmt. Die zweigeschossigen Emporen schwingen zum Kanzelalter hin. Ab Mitte des 16. bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts blieb Arzberg den Katholiken verschlossen. Eine Änderung brachte erst das Jahr 1810 als das Gebiet zum Königreich Bayern kam. Im Jahre 1875 wurde in Arzberg eine katholische Kirche im neugotischen Stil errichtet, die der Maria Immaculate geweiht ist. Die Holzfigur, die Maria mit dem Kind darstellt, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das älteste Baudenkmal der Stadt ist der Pulverturm mit Kegeldach aus dem späten Mittelalter. Ein Eckturm der Kirchhofbefestigung an der am besten erhaltenen Südostseite. An der Südseite der Kirchenburg-Anlage befindet sich die Beckendorffsche Gruft aus dem Jahr 1782 mit 14 marmornen Grabplatten hinter einem geschmiedeten Eisentor und dem Allianz-Wappen-Beckendorf-Nikloth. Sehenswürdigkeiten Naturpark Informationsstelle kleiner Johannes Wirtschaft und Infrastruktur In früheren Jahrhunderten blühte um Arzberg der Eisenerzabbau. Alexander von Humboldt war in Arzberg fünf Jahre als Oberbergmeister tätig und gründete dort eine Bergschule. Leinen- und Wollweberei, Büchse-Schlosserei und Ofentöpfereien waren weitere markante Gewerbe der damaligen Zeit. Erzeugnisse des Büchsenschlossers Gesell und des Ofentöpfers Stör sind noch heute in großen Museen zu finden. 1839 nahm eine neue wirtschaftliche Entwicklung durch die Porzellanherstellung ihren Anfang und machte Arzberg zur zweitgrößten Porzellanstadt. Heute ist nur noch die Firma Arzberg Porzellan mit einer Außenstelle ansässig. Neben dieser Industrie sind eine Lebkuchenfabrik, eine Nagelfabrik, die älteste Bayerns, eine Glasschmelzhafenfabrik, Steinbaubetriebe, Baugeschäfte, Holzbearbeitungsbetriebe und Wurst- und Fleischwarenherstellung ansässig. Ab 1915 befand sich das Kraftwerk Arzberg in Betrieb, das 2003 stillgelegt und rückgebaut wurde. Aufgrund des nach der Katastrophe von Fukushima beschlossenen Atomausstieges infolgedessen Ersatzkapazitäten errichtet werden müssen, existieren derzeit Planungen seitens der Politik am ehemaligen Kraftwerkstandort ein modernes GUD-Kraftwerk zu errichten. Arzberg liegt an der Hauptbahnlinie Nürnberg-Prag. Durch grenzüberschreitende Schnell- und Eilzüge bestand früher Anschluss an das IC-Netz der Deutschen Bahn und das tschechische Bahnnetz. Die eingleisige Strecke zwischen Marktredwitz und Schepp passiert Arzberg auf einem hohen Damm. Die Stadt Arzberg verfügt über einen mehrgleisigen Bahnhof, der tagsüber alle zwei Stunden bedient wird. Nach der Aufhebung der Bahnhöfe Arzberg und Seussen durch die Bundesbahn 1985 wurde der Bahnhof Arzberg ab 2001 wieder durch Nahverkehrszüge der Vogtlandbahn bedient. Die zwischen Marktredwitz und Schepp händelten aber teilweise auch bis Marienbad weitergeführt wurden. Seussen ist weiterhin ohne Verkehrshalt. Seit Dezember 2014 verkehrt die Oberpfalzbahn zwischen Marktredwitz und Schepp. Nach Stilllegung der Braunkohlekraftwerkes 2003 halten keine Güterzüge mehr in Arzberg. Die Anschlussgleise der Porzellanmanufaktur wurden Mitte der 1960er Jahre aufgelassen. Von der Bundesstraße 303 von Marktredwitz nach Schirnding erschließen zwei Anschlussstellen Ortskern und Gewerbegebiet. In Marktredwitz kreuz die B303 die A93 Regensburghof. Der regionale Busverkehr wird von den Verkehrsunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge durchgeführt. Der nächste internationale Flughafen in Deutschland ist der Flughafen Nürnberg in Tschechien der Flughafen Karlsbad. Persönlichkeiten Er hat Friedrich Vogel Pfarrer und Gönner des Schriftstellers Jean Paul, Johann Arzberger, Techniker und Wissenschaftler, Karl Maximilian von Bauernfeind, der erste Direktor der Polytechnischen Schule in München. Aus dieser ging die heutige TU München hervor. Als Andenken wird die Karl-Max von Bauernfeind-Medaille verliehen. Ewald Drechsel, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter.